Moin Leute, hier wieder euer Korga91. Es geht weiter mit Meat Boy. Und zwar mit epischen, epischen, epischen Aussichten, sag ich mal. Und zwar hier mit dem krassen Dr. Fetus gegen Meat Boy. The End. Äh, okay. Wir haben nur noch 5 Level. Wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung war. Souverän. Da muss ich hin. Was zur... Oh. Da müssen wir schon mal hin. Und am besten, ich denke mal... Ja. Wow. Es geht direkt wieder gut los. Los. Okay. Machen wir es langsam. Ist wahrscheinlich sogar besser. Wenn nämlich, dann komme ich besser voran. Da hoch. Hier runter. Genau, hier runter. Hier wieder hoch. Und da in die Säge. Das war eigentlich alles genauso geplant. Ähm. Total vom Skill und so weiter her. Weil genau das hätte man machen sollen. In die Säge springen. Und wer es nicht glaubt, hat Pech gehabt. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir dahin, wo wir eben... Das war mehr Lack als Verstand. Run, meet boy, run. Okay, gut. Und dann wieder in die Säge springen. Weil das das Ziel des Spiels ist, genau in diese Säge zu springen. Und jeder, der das, wie gesagt, nicht glaubt, guckt sich bitte ein anderes Video an. Weil der hat keine Ahnung. So. Au. Möbelpack ihn. Ja, bis Gaia, du bist ein Stück Scheiße. Weißt du das? So. Damit weiß er dann jetzt auch Bescheid. Ähm. Ja. Aua. Ich hoffe, dass die Musik für euch gleichbleibend laut ist. Weil ich hab's jetzt an meinem Headset runtergedreht. Aber das dürfte eigentlich ja nichts an der Aufnahmeeinstellung ändern. Ähm. Ja. Das Spiel ist lange nicht so aufregend... Äh. So für mich zum Aufregen, wie momentan echt Siris Sam war. Weil es ist einfach wirklich komplett aus dem Bruder gelaufen, das Projekt. Weil es hat gemacht, was es will. Wow, 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 wow. Ey, ich war nicht mehr drin. Ja, ich war da echt nicht mehr drin. Und das war dumm von mir. Springen, springen. Wir nehmen den Weg oben. Der geht eigentlich schneller und ist praktischer. Schwuppdiwupp. Da wieder runter. Da hoch. Hier hoch. Da rum. Und jetzt der Säge hinterher. Wie soll das bitte gehen? Aber es ist nicht schwer. Also, es ist... Fuck. Ja. Neue Mission. Äh. Färbe alle roten... Äh, nee. Nicht alle roten. Färbe alle Sägen rot. So rum. Wieder mal ein kleiner Knoten im Hirn. So wie es so oft bei mir ist. Aber passiert halt. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht ich. Ähm. So. Da hoch. Hier runter. Wie? Wie? Ah. Ich ahne wie. Okay. Ja. Das war wieder nicht ganz so gut. Speedrun. In die Säge. Cool. Aber wir haben die Mission bald geschafft. Wenn es so weitergeht. Ja. Ey. Ich stelle mich aber auch gerade blöd an. Das war Glück. Aber ich darf auch mal Glück haben. So. Nein. Da soll es hoch. Genau. So. Ich frage mich, was die Säge da außen soll. Das ist bestimmt ein Bandage, ey. Ich wette es. Geht alle weg. So. Hurra. Level 1 geschafft. Von The End. Moment. Moment. Oh. Ah. Okay. Also vom Prinzip her ist es gar nicht so dumm gewesen. Wie zu. So zu. Ähm. Dahin. Da rein. Es war so klar. Aber wie komme ich jetzt da hin? So, oder? Ja. Wow. Nein. Da hoch. Nein. Oh fuck. Wir hatten es doch. Das war es. Es wäre es gewesen. Oh nee. Aber auf jeden Fall ist es kein allzu schweres Level. Auch wieder. Also irgendwie. Weiß ich nicht. Sind die Level, die jetzt hier sind, gar nicht mehr allzu schwer wie die alten. Oder die, die wir schon hatten. Da hatten wir schon einige schwerere Level. Gelandet. Da drauf. Da hoch. Wo? Wie? Ach, da muss ich... Ah. Nee. Yay. Wir fallen in die Wolken. Ich habe die Wolken noch nie gemocht. Ey. Und er springt schon wieder nicht, wenn er soll. So. Ey. Hallo. Meat Boy. Springen. Danke. Ja. So geht das. So ist brav Meat Boy. Genau so. So. Das haben wir. Dahin. Hier runter. Darüber. Wow. Und da drauf. Nein. We waren noch drauf. Es war unnötig. Und das war gerade mehr Glück als alles andere, weil ich überhaupt nicht gesehen habe, wo ich eigentlich gerade hinfalle. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade das Gefühl, das hier ist ein guter Run. Genau dieser Durchgang hier. Wie ich es einfach nur wusste. Sogar mit der Plus. Yay. Äh. Äh. Was? Acht. Ja. Heilig. Scheiße. Bitte. Das geht. Ja. Abkürzen. Wuhu. Nein. Ey. Ich wollte doch da rein. Äh. Die Säge hat mir sympathisch ausgesehen. Deswegen bin ich da jetzt reingesandt. Wer mir das nicht glaubt hat, nicht gehabt. So. Ja. Ey. Die gehen durch die Wände durch. Was? Ich habe es. Habe ich auch. Wow. Wow. Nein. Nein. What? Nein. Nein. Ich hatte es doch. Fuck it. Fuck it. Fuck it so hart. In the pussy, ey. In the pussy. In the pussy. Ja. In the pussy. Ey. Fuck it. Ja. Ich meine. Ehrenrunde drehen macht Spaß. So. Diesmal stehe ich drauf. Ich stehe drauf. Ich stehe drauf. Ich springe und lande. Ich springe weiter und lande wieder. Nein. Ey. Komm. Spiel. Ich roll mich doch bitte mehr. Das war Lack. Und zwar Lack aus der Hölle. Und das war die Retourkutsche dafür. Ei. Ich muss da warten. Okay. Ich muss da warten. Ich muss da warten. Ich muss da warten. Ich muss da warten. Nein. Warum? Ja. Schlau. Wieder mal total schlau. Komm. Verpiss dich. Ah. Hier hoch. Nein. Ja. Ja. Okay. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Level 3 geschafft. Oh. Geht ihr heute runter wie Butter. Okay. Und wir lassen uns aufs Brot schmieren wie Butter. Was? Eben konnte ich da stehen. Ach ja. Ich liebe's. Ei. Äh. Äh. Okay. Wir wollen jetzt hier runter. Dahin. Dahin. Oh mein. Es war so. Ich wusste es. Es war einfach nur so klar. Weil ich jedes Mal immer bei so Scheiße verkacke. Und da war ich. Da. 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 Kacke. Kacke. Ja. Kacke. Genau das. Ich verlange sofort andere Sägen. Die sind inkompetent. Die machen nicht, dass ich was will. Was passiert eigentlich, wenn ich hier außen lang gehe. Geht das? Geht wahrscheinlich eh nicht, aber. Versuche es zu werden. Moment. Das bringt bestimmt irgendwas. Wir gehen jetzt auf Erkundungstour. Ist mir egal, ob es passt oder nicht. Miao. Ah. Like a troll. Ja. Like a troll. Tschüss. So. Ich hasse es. Ey. Eben hat es so auch funktioniert. Was habe ich denn eben anders gemacht? Oder was habe ich eben langsam gemacht, was ich jetzt irgendwie zu schnell mache? Ah. Nichts. Das will mich einfach nur gerade trollen. Das ist der Grund. So. Alter. Was? Nein. Hä? Wie soll das funktionieren? Okay. So nicht. Ich verstehe es dir gerade nicht so ganz. Wie das da laufen soll. Säge. Moppet. Ey. Ich fahre unten drunter durch, ja? What? Nein. Da hätte ich aber auch nicht warten können diesmal, weil ich einfach viel zu doof war. So, hier oben warte ich. Jetzt springe ich runter. Jetzt stelle ich mich da in die Ecke und jetzt springe ich hoch. Ah. So geht der. Dau. Egal. Äh. Das war's für die Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschö tschö. Tschö tschö.